Hallo zusammen. Wir sind hier in der tiefsten Pampa unterwegs zu einem verlassenen Häuschen in einem Haus am See. Wir wollen mal gucken, ob wir das finden und ob wir da überhaupt auch reinkommen. Das Problem ist, dass die Infos, die ich habe, es heißt, es ist verlassen, nur wenn man mal genau schaut, es sieht aus, als wenn hier gerade eben einer gefahren ist. Von daher müssen wir mal gucken. Das wird lustig. Hier geht der Weg jetzt auf jeden Fall ein bisschen bequemer. Mal sehen. Ah ja, da vorne habe ich etwas gesehen. Natur pur. Was haben wir denn hier? Vergammelte Garten. Bitte. Wir schauen mal im Emmer hin. So viele Brennester. Mittlerweile jucken die mich nicht mehr. Oh, eingestürzt schon. Da hängen noch ein paar Angler-Sachen. Auspuff. Oh, hier ist der Zugang gar nicht da. Guck mal. Schaffst du es da durch? Ja. Dann gehe ich mal vor. Wow. Hier ist das. Ein kleines Ferienidyll. Mitten im Wasser. Das ist doch mal schick. Wow. Wow. Mal gucken. Taschenlampe ist. Ja, vorsichtig. Die Dielen sind teilweise... Ja, die Hütte ist zu, liebe Leute. Dann würde ich sagen... War jemand hier. War jemand hier. Es sieht auch aus, als wenn da drinnen geräumt wurde. Oder wir gucken uns mal um. Ob hier was anderes offen ist. Boah, also der Boden ist übel. Liebe Leute, es ist alles zu. Hier gibt es auch kein Reinkommen. Oder doch. Guckt mal. Hier geht es rein. Einfach mal kurz umschauen. Vier gibt es hier drinnen nicht zu sehen. Huh. Es gab auf jeden Fall Strom. Aha. Boah. Diese Hütte ist aber in einem üblen Zustand. Der Boden knirscht gewaltig. Oh, hier gibt es eine Küche. Küchenutensilien sind auch noch vorhanden. Eine Toilette. Mit Waschbecken. Schreibtisch. Oh je. Was ist das denn hier? Was war das? Ja. Ich guck mal eben unten nach. Hier gibt es sogar noch einen Keller. Und das ist schon ein bisschen komisch. Okay. Ich würde sagen, hier haben welche mit einem Feuerlöscher gespielt. Finde ich wiederum echt scheiße sowas. Aber ist hier nicht. Ja, hier steht ein Etagenbett dran. Das ist schlafen wirklich. Ja, hier unten ist noch ein Raum. Ein Etagenbett steht hier. Ja und das war es auch schon. Okay. Aber ich komme wieder hoch. Ein schönes kleines Häuschen. Das muss mal ein richtig tolles Idyll gewesen sein hier. Ja. Ich würde sagen, das war es dann auch schon. Viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Ja. Kleines Video, aber nicht verkehrt finde ich. Ich sag mal so. Vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Wir gucken mal, was wir hier sonst noch finden. Ansonsten würde ich sagen, sind wir raus. Ach, jetzt bin ich in der Kamera besser zu sehen. Würde ich sagen, sind wir raus. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, es geht! Oh, es geht!